Musik Wann hast du das letzte Mal richtig unberührte Natur erlebt? Den Atem des Waldes gespürt? Auf einer Winterwanderung deinen eigenen Herzschlag gehört? Dein Atem, der in der Kälte wie Nebel dich umgibt, und ab und zu das schüchterne Piepsen eines Vogels an dein Ohr dringt? Sag bloß noch nie oder schon lange nicht mehr? Dann komm heute mit uns und lass dich fallen in eine unberührte Natur und sei eins mit dir. Stell dir vor, wie sich die tiefer schneiden Fichten vor dir verneigen, das Knirschen deiner Schritte im tiefen Schnee das einzige Geräusch ist, das dich umgibt und wie sich durch die Mystik des Waldes auf einmal Ruhe und Entspannung in dir breit macht. Du nimmst das glitzernde Schneekristalle, wie kleine Diamanten wahr und versuchst, die Wildspuren vor dir zu lesen. Wer war da auf Untersuchung? Dein Puls passt sich der Ruhe der Natur an und du fühlst dich in einer anderen Welt. Das ist Naturerlebnis aus erster Hand und das vor deiner Haustüre im nördlichen Schwarzwald. Du findest viele spannende Wege und Pfade, sie sind bestens beschildert. Das gibt dir die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Denke aber auch an die Wildtiere, denn sie brauchen jetzt Ruhe und müssen mit ihren Energievorräten haushalten, sonst wird es eng für sie. Für uns ist der Wald die Steckdose für unsere Batterie. Er schenkt die Energie uns im verschwenderischen Moment. Lass dich inspirieren, tauche ein in diesen Zauber und lass los. Deine Seele wird dir Danke sagen. Deine Seele wird es in der Nähe des Zauber